Ich rufe Tagesordnungspunkt 63 auf, Antrag der Aktuelle Stunde der Fraktionen der CDU, 1,5 Milliarden € gesichert, Drucksache 20,1448. Es beginnt die Kollegin Lena Arnoldt. Bitte sehr, Lena. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich zitiere. Wer ein Problem damit hat, dass wegen unserer Arbeit weniger Kindergärten gebaut werden, der kann gehen, da ist die Tür. Dies soll einer der Aktienhändler während der Cum-Ex-Geschäfte zu seinen Kollegen gesagt haben. Der Prozess gegen den Aktienhändler und seine Kollegen vor dem Landgericht Bonn fördert zutage, wie Menschen in vollem Bewusstsein der Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft ihrer perfiden Machenschaften nachgehen und wie sie allein aus Egoismus und Habgier der Gemeinschaft schaden. Sie sind nicht die einzigen prominenten Beispiele im Bereich der Steuerhinterziehung, vom Tennisprofi über den Bankenchef bis hin zum Vereinsmanager. Nicht selten entsteht der Eindruck bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass die dicken Fische mit so etwas davon kommen würden. Umso wichtiger ist es, dass wir uns diesem intensiven Kampf gegen Steuerkriminalität in einem besonderen Maße verschrieben haben. Eine solche intensivierte Verfolgung ist dabei nicht nur aufgrund der Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger notwendig, sondern auch, weil die Steuersünder durchaus kreativ und innovativ bei ihren kriminellen Taten vorgehen. Die Aufdeckung der Cum-Ex-Geschäfte verdanken wir den hessischen Betriebsprüfern. Sie waren es, die 2009 diesen Machenschaften auf die Schliche kamen. Seither hat die hessische Steuerverwaltung in über 30 Fällen Ermittlungen eingeleitet, und die Hälfte dieser Fälle konnte bereits abgeschlossen werden. Hier zeigt sich, welche akribische, mühevolle Kleinarbeit notwendig ist, um diesen Leuten das Handwerk zu legen. Dies kann nur gelingen, dank spezieller Ermittlungsgruppen aus hoch motivierten Steuerfahndern und Bankenprüfungsspezialisten, die mit ihrer Expertise und besonderem Engagement der gesamten Gesellschaft einen wertvollen Dienst erweisen. Aus einer gesellschaftlich-moralischen Sichtweise ist das Ergebnis erschütternd. Aus der Sicht unserer Finanzverwaltung jedoch ist es äußerst erfreulich. Fast 1 Milliarde € konnte das Land Hessen dank dieser Ermittlungsarbeiten in der Staatskasse verbuchen. Hinzu kommen dann noch weitere 500 Millionen €, welche das Land Hessen durch die Aufarbeitung der Kum-Kum-Fälle sichern könnte. Denn hier ist unser Bundesland ebenfalls federführend aktiv. Meine Damen und Herren, Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung der Steuerhinterziehung gehören seit jeher zu den Aufgaben unserer Finanzpolitik. Wir sind es jedem ehrlichen Steuerzahler schuldig, dass wir diejenigen finden und zur Rechenschaft ziehen, die ihren gerechten Beitrag zu unserem Gemeinwesen nicht leisten. Der Schlüssel im Kampf gegen Steuerkriminalität, unsere wichtigste Waffe, sind unsere Landesbediensteten in der Steuerverwaltung. Ihnen gebührt an dieser Stelle unser besonderer Dank und unsere Anerkennung für ihre Leistung. Diese Menschen sind es, die für Gerechtigkeit sorgen, indem sie sich gerade auch den großen komplexen Fällen widmen. Sie sind es, die Hunderttausende von Dokumenten sichten und die Strafverfolgung ermöglichen. Vielen Dank daher an dieser Stelle aus dem Hessischen Landtag für ihren Einsatz. Damit wir auch in Zukunft in diesem Bereich schlagkräftig aufgestellt sind, investieren wir in diese unsere wertvollste Ressource im Kampf für Steuergerechtigkeit. Nach den Rekordeinstellungen im letzten Jahr folgen 800 neue Anwärter für 2020. Es ist ein klares Zeichen. Steuersünder sollen und werden sich hier nicht sicher fühlen, heute nicht und morgen auch nicht. Wir werden sie auch spüren und dafür sorgen, dass sie ihren gerechten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Darauf können Sie sich verlassen, und darauf können sich die hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verlassen. Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herzlichen Dank, Lena. Das Wort hat jetzt Frau Abg. Hofmann, SPD-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Arnoldt, Sie sind zu Recht darauf eingegangen, dass es sich bei den Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften um den größten Steuerraub in der Geschichte Deutschlands handelt. Das mit zum Teil ungeheuerlicher krimineller Energie, findiger Personen, aber auch Institutionen, z. B. verschiedener Banken. Gerade in den Jahren 2007 bis 2012 wurden ca. 32 Milliarden € am Fiskus am Start vorbei an Steuern entzogen. Allein davon entfielen 10 Milliarden € auf sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Diesen betrügerischen Machenschaften und diesen Tätern, das will ich deutlich sagen, muss man das Handwerk legen. Was aber ganz bedeutend ist, dass wir bei der steuerrechtlichen Ermittlung, Erfassung, auch Abschöpfung der entsprechenden Gelder, aber auch der strafrechtlichen Verfolgung noch lange nicht am Ende sind, meine Damen und Herren. Hier muss mit allem Nachdruck, auch personeller Natur, aber auch an der einen oder anderen Stelle gesetzgeberisch, ich werde noch darauf eingehen, nachgefasst werden. Hier dürfen wir nicht nachlassen. Deshalb ist es umso erstaunlicher. Ich meine, wir wissen, dass es dem Finanzminister Schäfer nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Aber sich dann immer so als Chefaufklärer und Supermacher aufzustellen, aber noch viele Hausaufgaben vor sich zu haben, vor allen Dingen außen vor zu lassen, dass in den letzten Jahren gerade im Bereich der Finanzverwaltung erheblich Personal abgebaut wurde, auch die Finanzverwaltung sozusagen neu strukturiert wurde, nicht gerade immer kritiklos im Bereich der Börsenveranlagung etc. das lassen Sie außen vor. Da erwarte ich von Ihnen ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein in den Dingen, meine Damen und Herren. Was wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen, ist, dass Sie im Ausschuss ein übles Ablenkungsmanöver probiert haben. Da wollten Sie uns in die Schuhe stieben bzw. so tun, als würden wir gegen die Steuerfahnder und Steuerfahnderinnen und Ermittler irgendetwas vortragen wollen. Im Gegenteil, wir sind stolz und dankbar für die Arbeit dieser hochprofessionellen Teams und Ermittler, meine Damen und Herren. Wie Frau Arnold es eben gesagt hat, diesen ist zu verdanken, dass ein Teil der Fälle überhaupt schon erfasst und aufgeklärt werden konnte. Diesen ist großer Dank zu schulden. Aber bei Ihnen, Herr Finanzminister Schäfer, liegt die politische Verantwortung und das auch die Führungsaufgabe für die weitere Aufarbeitung dieser Fälle. Es ist richtig, dass gerade durch den Finanzplatz Frankfurt am Main wir natürlich viele solcher Fallkonstellationen gerade in Hessen haben. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, wie Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen damals unter sozialdemokratischer Verantwortung diesen Fällen erfolgreich nachgestiegen ist, dann kann man sich davon noch eine Scheibe abschneiden, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen noch deutlich sagen, dass wir durch unsere Berichtsanträge erst zum Jagen tragen müssen. Wir haben mehrfach im Haushaltsausschuss, aber auch im Rechtsausschuss durch verschiedene Berichtsanträge nachgefasst und gefragt, wie der Sachstand ist. An den Zahlen, die Sie selbst in den Ausschüssen präsentieren mussten, sieht man, dass noch einiges gerade im Bereich der Cum-Cum-Fallgestaltung ist noch einiges zu tun, auch im Bereich der strafrechtlichen Aufarbeitung. Da mussten Sie beantworten, dass im Bereich Cum-Ex strafrechtliche Aufarbeitung gerade einmal zehn Verfahren abgeschlossen wurden. Im Bereich Cum-Ex haben wir zwar 32 Steuerfälle, im Bereich Cum-Cum sind 14 Steuerpflichtige ermittelt worden. Aber da sieht man, da gibt es noch eine Menge zu tun, meine Damen und Herren. Deshalb unsere konkrete Forderung. Wir brauchen einen noch höheren Einsatz professioneller Ermittler, professioneller Führungsteams, Prüfungsschwerpunkte, eine Durchsetzung der vorherigen Haftung in Anspruchnahme der Banken, eine Offenlegung der Cum-Ex-Geschäfte bei Banken, bei denen kein Einbehalt von Kapitalertragsteuer auf Dividendkompensationszahlung erfolgt ist. Auch im politischen Bereich müssen wir einiges nachjustieren. Wir brauchen eine noch höhere Effektivität der Steuerbehörden mit weiterem kompetentem Personal, das wir schon haben. Das muss aber verstärkt werden. Wir brauchen eine noch verstärktere Zusammenarbeit von Steuer- und Finanzbehörden, auch international, nicht nur national, und eine Meldepflicht von Steuersparmodellen für Behörden, dem Schutz von Whistleblowern, und der Lizenzentzug als Abschreckung für Finanzinstitute, oder eine Meldepflicht verdächtiger Geschäfte und Steuergestaltung. Frau Kollegin Hofmann, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, wir sind stolz auf die Ermittler und Steuerfahnder, die schon viel erreicht haben. Aber wir fordern Sie auf, die restlichen Hausaufgaben auch noch zu erledigen, und zwar für die Bürgerinnen und Bürger, die ehrlich ihre Steuern zahlen. Das finden wir der Gerechtigkeit schuldig und dürfen nicht die durchgehen lassen, die im großen Stil Steuern hinterziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. – Das Wort hat Frau Abg. Dahlke, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Gestern haben wir in erster Lesung den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 besprochen. Aus grüner Sicht ist dieser Entwurf sehr gut aufgestellt und geeignet, die Herausforderungen für die kommenden Jahre zu bewältigen. Ganz besonders erwähnen möchte ich hier und heute noch einmal die insgesamt 900 Millionen €, die für den Klimaschutzplan, für Energieeffizienz, für die CO2-neutrale Landesverwaltung und für einen gesunden und starken Wald bis 2023 bereitgestellt werden soll. Solides nachhaltiges Haushalten ist eine Voraussetzung für zukunftsfähige Politik. Das betrifft selbstverständlich nicht nur die Art und Weise, wie das Geld ausgegeben wird. Um die öffentlichen Ausgaben und Aufgaben zu finanzieren, sind auch stabile Einnahmen erforderlich, die von allen nach Leistungsfähigkeit erbracht werden müssen. Das ist das Ziel gerechter Steuerpolitik, und die hessischen Bürgerinnen und Unternehmen beteiligen sich hier mit großer Mehrheit mit ihrem ehrlichen Beitrag. Nur so lassen sich Schulen betreiben, Schienen- und Radwege bauen und Polizeibeamtinnen bezahlen. Dagegen haben zwischen 2001 und 2016 bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften Aktienhändler Löcher im Steuerrecht genutzt und dem Staat damit Milliarden € gestohlen. Es gab und gibt immer noch Berichte, die in diesem Zusammenhang von Steuertricks sprechen, davon, wie der Staat ausgetrickst wurde. Austricksen, das ist für mich hier der falsche Begriff, denn der Schaden, der allein in Hessen dadurch entstanden ist, beziffert sich auf ungefähr 1,3 Milliarden €. Dieses Geld fehlt erst einmal der Gesellschaft und dem Staat, und sich nur einmal gezahlte Steuern mehrfach zurückerstatten lassen, heißt nicht, dass Gesetzeslücken clever oder geschickt ausgenutzt wurden, sondern es ist einfach illegal und kriminell. Wer kriminell handelt, muss auch strafrechtlich dafür belangt werden. Da stimme ich meinen beiden Vorrednerinnen ausdrücklich zu. Die hessischen Finanzbehörden waren die Ersten, die in Deutschland gegen die betrügerischen Cum-Ex- und Cum-Cum-Fälle vorgegangen sind. Das tun sie natürlich auch weiterhin. Das Thema ist sehr umfangreich und sehr komplex, und es sind sehr viele Personen und Institutionen involviert, und die Täter haben leider hochkarätige Beratungen auf ihrer Seite. Deswegen sind die Ermittlungen und Verfahren langwierig und mühsam, und eine gründliche Aufklärung dauert lange. Die ist aber notwendig, um den riesigen Steuerschaden in unserem Land für die Menschen in unserem Land abzuwenden. Bis heute – das ist ja auch der Titel dieser Aktuellen Stunde – hat Hessen so schon 1,5 Milliarden € gesichert, die wieder für die Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Möglich war das durch spezielle Ermittlungsgruppen aus erfahrenen Steuerfahnderinnen und Bankenprüfungsspezialistinnen, die zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und in Kooperation mit anderen Ländern den Betrug aufgedeckt haben. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, so wie auch meine Vorrednerinnen, mich hier aus dem Landtag bei diesen Ermittlerinnen zu bedanken im Sinne der Menschen in Hessen, die ehrlich ihre Steuern zahlen. Dass die hessische Steuerverwaltung sehr gut aufgestellt ist im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit, zeigt sich auch dadurch, dass die federführend für alle Bundesländer in Zusammenarbeit mit dem BKA die Panama Papers und andere Leaks auswertet. Die Auswertung dauert auch hier noch an, aber es konnten schon über 350.000 Dokumente mit Daten zu Offshore-Firmen an inländische und an internationale Steuerbehörden weitergeleitet werden. Da schließt sich der Kreis zum Haushaltsentwurf 2020. Denn da sind nicht nur zusätzliche Investitionen zur weiteren Verbesserung der IT-Ausstattung, der Steuerverwaltung und zum Umgang mit der Grundsteuer vorgesehen, sondern wir schaffen auch die Voraussetzungen, erneut 800 Finanzanwärterinnen und Finanzanwärter zur Nachwuchssicherung und für noch mehr Steuergerechtigkeit in Hessen einzustellen. Das nenne ich gut angelegtes Geld. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. – Als nächster Redner ist für die Fraktion DIE LINKE Kollege Jan Schalauska. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es mag Sie vielleicht verwundern, aber ich möchte zwei Punkte meiner Vorrednerin ausdrücklich unterstreichen. Zum Ersten handelt es sich bei den hier und heute zu diskutierenden Geschäften um den größten Steuerraub in der Geschichte. In Europa sind 55 Milliarden € gestohlen worden, der Schaden in Deutschland für die Allgemeinheit mindestens 32 Milliarden €, und das durch kriminelle Machenschaften, die die Allgemeinheit massiv geschadet haben. Das Zweite ist die Empörung über die Skrupellosigkeit dieser Kriminellen, die das und diese Taten zu verantworten haben. Wer ein Problem damit hat, dass wegen unserer Arbeit weniger Kindergärten gebaut werden, da ist die Tür. Dieses Zitat ist heute schon gebracht worden. Ich will es noch einmal nennen, weil ich glaube, es macht einen fassungslos, wie ein Zeuge aus dem inneren Kreis der Cum-Ex-Betrüger nur vor wenigen Tagen vor Gericht die Skrupellosigkeit dieser Machenschaften in aller Öffentlichkeit beschrieben hat, wie üble Gangster die Allgemeinheit systematisch ausgeraubt haben. Vielleicht hört da ein Teil der Gemeinsamkeiten auf. Zur Wahrheit gehört auch, dass diese Abzocke nicht nur eine Geschichte von kriminellen Machenschaften von Finanzjongleuren und Banken ist, sondern auch ein Lehrstück über das Versagen deutscher Finanzminister. Der Steuerbetrug durch Cum-Ex-Geschäfte war der Politik jahrelang bekannt, ohne dass die Verantwortlichen eingeschritten sind. In einem Schreiben aus dem Jahr 2002 wies der Bankenverband, das Bundesfinanzministerium, auf die Gefahren der Cum-Ex-Praxis hin, vor allem, weil ein Haftungsrisiko für Banken ausgeschlossen werden sollte. Aber erst fünf Jahre später reagierte die Politik und übernahm dann auch noch ausgerechnet den Formulierungsvorschlag vom Bankenverband für ein neues Gesetz. Was passierte? Das Schlupfloch wurde nicht geschlossen. Es sah fortan nur anders aus. Wenn sich jetzt ein Finanzminister in Hessen hinstellt und erklärt, was für ein Erfolg seiner Steuerverwaltung gelungen ist, dann gehört zur Wahrheit eben auch, dass die Steuerverwaltung mit den Aufräumarbeiten eines politisch von der CDU, aber eben auch von der SPD zu verantwortenden Steuerskandal zu tun haben. Denn ohne dass über Jahre das Bundesfinanzministerium weggesehen hätte, wäre dieser größte Steuerraub in der Geschichte nicht möglich gewesen. So gesehen ist der Erfolg der Steuerverwaltung jetzt nichts anderes als die Aufarbeitung von Fehlentscheidungen einer Politik, die leider bis heute mit der Finanzbranche verbandelt war und verwandelt ist. Dabei will ich ganz deutlich machen. Ich bin fest davon überzeugt, und ich finde andere, wenn die Opposition in der Sache kritisch nachfragt, finde ich auch andere Bemerkungen völlig fehl am Platz. Ich bin völlig überzeugt, dass die Beamtinnen und Beamten, die mit dem Cum-Ex-Skandal beschäftigt sind, alles ihr Mögliches tun, dafür zu sorgen, dass die ehrlichen Steuerzahler am Ende nicht die dummen sind. Dafür gehört Ihnen unser aller Dankeschön, Anerkennung und Respekt. Allerdings heißt das nicht, dass man nicht auch dafür sein kann, dass die Menschen in der Steuerverwaltung noch besser personell und materiell unterstützt werden. Wenn der Finanzminister im letzten Jahr 50 zusätzliche Stellen in der Steuerverwaltung angekündigt hat, dann ist das nicht falsch. Aber malen Sie sich doch einmal aus, wie das ist. Wenn wir an die Unternehmen in den Frankfurter Bankentürmen denken, dann befürchte ich, dass die Macht derjenigen noch immer so viel größer ist, die mit ihren finanzstarken Rechtsabteilungen und leider auch die hessische Steuerverwaltung leicht in die Schranken weisen können. Deswegen müssen wir sie personell und finanziell noch deutlich besser ausstatten. Aber die Konsequenzen aus Cum-Ex, Cum-Cum, Cum-Fake und wie sie alle heißen, können nicht nur wohlfeile Aktuelle Stunden im Hessischen Landtag sein. Wir brauchten mehr Personal für die Steuerverwaltung, mehr Spezialisten und auch eine stärkere bundesweite Koordinierung. Das ist aber mein wichtigster Punkt. Das wird bei Cum-Ex wirklich exemplarisch. Diejenigen, die solche Geschäfte machen, die mit krimineller Energie die Allgemeinheit betrügen, müssen endlich stark und hart und unmissverständlich bestraft werden. Schluss mit dem Weggucken. Harte Strafe für Steuerkriminelle. Eine Bank, die in solche Geschäfte verwickelt ist, muss auch ihre Lizenz verlieren. Es darf nicht sein, dass man ein solches Geschäftsmodell, die Allgemeinheit um Milliarden, betrügen kann. Abschließend will ich sagen, meine Redezeit ist zu Ende. Die hessische CDU hat, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern, in Sachen Steuerkriminalität und deren konsequenten Bekämpfungen noch immer einiges aufzuarbeiten. Deswegen gilt mein Dank nicht unbedingt der Hessischen Landesregierung, sondern vor allem denjenigen, die in der Steuerverwaltung ihre Arbeit tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Nach Schätzungen haben Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte den deutschen Steuerzahler in den letzten beiden Jahrzehnten mindestens 31,8 Milliarden € gekostet. Genau wie meine Vorredner möchte ich auch hier klar betonen, es ist der größte Finanzskandal in der deutschen Geschichte. Wenngleich es bereits in den 90er-Jahren Meldungen über illegale Vorgänge von der Börsenaufsicht in Hessen gab, musste aber erst sehr viel Zeit ins Land gehen, bis diese betrügerischen Geschäfte Gegenstand von Ermittlungsverfahren wurden. Warum das so lange dauerte, darauf kann sich jeder hier einmal seine eigenen Gedanken machen. Nach langem Anlauf konnte nun auch in Hessen mit der Sicherung von 1,5 Milliarden € erste Erfolge erzielt werden. Wir als AfD-Fraktion beglückwünschen die hessischen Steuerfahnder zu diesem beträchtlichen Erfolg. 1,5 Milliarden € sind in der Tat kein Pappenstiel. Im Vergleich zu dem gesamten Schaden aber, der laut Meldung wie gesagt bei 31,8 Milliarden € liegt, sammeln wir hier jedoch nur die Krumen auf. Hier sollte nun jede Anstrengung unternommen werden, dies zu ändern. Die dubiosen Geschäfte sind restlos aufzudecken, die Beteiligten zu identifizieren und zu unrechtsbeantragte und gegebenenfalls bereits gewährte Steuererstattungen sind zurückzufordern. Herr Finanzminister, wie Sie selbst erklären, gestalten sich die Ermittlungen aufgrund der Komplexität und der Vielzahl der zu prüfenden Einzeltransaktionen sehr aufwendig. Die Bemühungen, hier auch vor dem Hintergrund gegebenenfalls ablaufender Verjährungsfristen so schnell wie möglich für Klarheit zu sorgen, scheinen jedoch zumindest im Hinblick auf die Mannstärke von 40 eingesetzten Fahndern recht begrenzt. Dies ist zugegebenerweise ein wenig verwunderlich. Normalerweise nutzt ein Finanzminister nur zu gerne jede ihm gegebene Möglichkeit, die Löcher in seinem Haushalt, das herausstechendste Merkmal Ihres Haushaltsentwurfs, zu schließen. Wenn man sich vor dem Hintergrund des unglaublichen Erfolges von 40 Fahndern einmal ausmalt, wie viel mehr der Mittel von beispielsweise 160 Fahndern in diesem Bereich eingesetzten Beamten theoretisch hätte gesichert werden können, stellt sich hier die Frage, warum Sie, Herr Finanzminister, hier nicht prioritär Stellen aufbauen. Es sieht so aus, als würden Sie sich im Jahr 2020 bei der Personalentwicklung der Steuerfahndung weitgehend auf die Nachwuchssicherung beschränken. Im Jahr 2018 haben Sie in diesem Bereich 50 zusätzliche Stellen geschaffen. Wenn ich Ihrem Informationsmaterial richtig lese, wollen Sie diese Stellen mitunter dazu nutzen, Arbeit in den ländlichen Raum zu bringen. Ob diese Beamten fernab der Finanzzentren den mit Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften befassten Ermittlungsgruppen zugeteilt wurden, wird von Ihnen leider nicht gesagt. Woran konnte es liegen, dass hier eine klare Aufstockung nicht erfolgte? An ausbleibenden Erfolg der Ermittlungen kann es jedenfalls nicht liegen. Bricht man die 1,5 Milliarden € auf die Zahl der eingesetzten Beamten herunter, könnte man pro Koff zu einem Ermittlungserfolg von 37,5 Millionen € kommen, ein Vielfaches dessen, was uns ein Steuerfahnder in seiner gesamten Dienstzeit inklusive der Versorgungsansprüche kostet. Stellen Sie sich bitte vor, wir hätten die vierfache Zahl an Ermittlern zur Verfügung und könnten statt der 1,5 Milliarden € gegebenenfalls 6 Milliarden € für das Gemeinwesen zurückgewinnen. Vielleicht ist die fehlende Ambition aber auch an den personalen Verflechtungen zwischen Ministerien und der Bankenlobby, von denen allen Halten zu lesen ist, geschuldet. Wir wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen, bleiben aber ob der augenscheinlichen Untätigkeit der letzten zwei Dekaden ungläubig zurück. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die unternommenen Anstrengungen, wenngleich die leider sehr spät kommen und nur als vollkommen unzureichend beschrieben werden können, grundsätzlich zu begrüßen sind. Herr Finanzminister, stocken Sie die mit dem Dividendenstripping befassten Ermittlungsgruppen auf. 1,5 Milliarden € sind ein Anfang, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vohl. – Das Wort hat Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Man könnte bei diesen Themen der Aktuellen Stunden fast vermuten, dass es der Regierungskoalition bisweilen an der Fantasie von Themen für Aktuellen Stunden fehlt. Gott sei Dank gibt es das sehr kreative und umtriebige Finanzministerium, das einiges tut. Keine Woche vergeht ohne Pressemeldung, Pressekonferenz, Video. Neulich trat er mich schon im Kino an. Da kann man gut bei Ideenarmut auf diese Meldung zurückgreifen und dazu macht eine eigene Aktuelle Stunde. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es ist auch egal, ob andere Fraktionen, in diesem Fall die SPD-Fraktion, das Thema sehr intensiv im Ausschuss beackert hat, umfänglich und fundiert. Das geht ja nicht. Dazu muss erstens das Finanzministerium auch noch eine Pressemeldung machen. Darüber hinaus muss man auch noch eine Aktuelle Stunde machen. Das ist nicht so. Das möchte ich schon als Vorspann einmal sagen. Das hätten wir uns bisher im Hessischen Landtag nicht mit dem Thema befasst oder in den Ausschüssen. Nach der letzten Sitzung, am 23. Oktober, hat der Haushaltsausschuss einiges an Informationen. Wir können weitermachen, fundiert abseits der PR, des Finanzministeriums und der Aktuellen Stunden. Ich will zu der Thematik gleich zu Beginn meiner Ausführungen feststellen, dass Steuerkriminalität eine Straftat und dazu gehören aggressive Steuervermeidungsstrategien. Da gilt es, mit aller Härte des Rechtsstaats reinzukräschen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir Freie Demokraten unterstützen die Anstrengungen Hessens, die sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Methoden lückenlos aufzuklären. Das ist eine tolle Arbeit und eine Herausforderung, gutes Personal zu finden, die in diese wirklich schwierige Thematik einsteigen und das mit Erfolg machen. Da muss in aller Konsequenz sowohl bei den Steuerprüfungen, aber auch bei den Steuerstrafverfahren unrechtmäßig vorenthaltende Steuern eingetrieben werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, dazu gehört aber auch die Verfolgungsbehörden. Da möchte ich einmal allgemein sprechen. Auch die Justiz, die ein wichtiges Scharnier ist, wie man jetzt in Bonn sieht, wo ein ganzes Haus der Gerichtsbarkeit aufgrund der Thematik stillsteht, und wo vorbildlich die beiden Ministerien noch ein bisschen was abschauen können, wie das in Bonn betrieben wird. Das ist effizienter Rechtsstaat. Das ist energisches Durchgreifen. Das müssen wir vermitteln, dass die Bürger den Eindruck haben, es geht gerecht zu. Der Staat greift durch. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit in unserem Land. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, warum muss man und muss man das immer loben? Es ist jetzt keineswegs so, ich habe eben versucht, die Verschwörungstheorie der AfD zu verstehen. Es ist mir nicht gelungen. Ich möchte an den Begriff der Steuergerechtigkeit aus der Pressemeldung der CDU anknüpfen, werte Kollegen von der AfD. Was ist denn die Aufgabe des Rechtsstaates? Ja, Straftäter in diesem Bereich zu ahnden und aller Konsequenz das Geld wieder einzutreiben. Das sollte übrigens nicht der Kernfall und die solideste Einnahmequelle sein, um grüne Projekte zu finanzieren. Wir gehen erst einmal davon aus, dass sich im Regelfall Betriebe steuerkonform verhalten. Es kam mir ein bisschen der Eindruck, als würden sie fast troffen, dass die Menschen Steuern hinterziehen, die man wieder eintreiben kann, und dann kann man damit grüne Projekte finanzieren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU sowie der CDU-Fraktion und das in Richtung der AfD, der CDU und vielleicht als Ansporn für die PR-Abteilung des Finanzministeriums. Die Kernaufgabe der Steuerverwaltung sind die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, der kleine Handwerksbetrieb, der Selbstständige, der ganz normal redlich seine Steuern zahlt, eine Steuererklärung abgibt und ehrfürchtig auf die Antwort des Staates wartet. Da ist die Frage der Leistungsfähigkeit der hessischen Steuerverwaltung. Deshalb als Anreiz vielleicht für eine Aktuelle Stunde in einem Jahr, werte Kollegen der CDU, leider ist Hessen auf dem vorletzten Platz. Das ist im bundesweiten Ranking. Hessen ist nicht vorn, es krabbelt sich nach vorne. Vom vorletzten Platz, wie gesagt, das wäre der Ansporn an den Finanzminister. Sie müssten zum Schluss kommen, Frau Abgeordnete. Am vorletzten Platz. Da geht es um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Da können wir Ansporn schaffen. Darauf sollte der Fokus sein. Wie gesagt, die GRÜNEN machen dazu eine Erfolgsmeldung für die Aktuelle Stunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster hat Herr Staatsminister Dr. Schäfer das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Herzlichen Dank. Mir auch, deshalb habe ich Sie angezogen. Ich kann Ihnen auch noch eine leihen, weil Ihre fehlt heute. Das ist an der Stelle auch möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass die Gelegenheit besteht, heute Morgen in einer Aktuellen Stunde die Fragestellung rund um Steuerkriminalität und ihre Bekämpfung hier in diesem Hohen Hause diskutieren zu können. Ich bin auch dankbar dafür, dass jedenfalls in den Formulierungen der Kolleginnen und Kollegen die Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die an der Front jeden Tag damit beschäftigt sind, ein gemeinsamer Konsens ist. Es gab auch einmal eine Zeit, und das hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung sehr getroffen, Frau Hofmann. Das war in der Zeit, als der mögliche künftige SPD-Vorsitzende noch die künstlerische Oberleitung über die Steuerverwaltung in Nordrhein-Westfalen hatte. Dort haben Sie immer den Versuch unternommen, sozusagen die glänzenden Leistungen von dessen Steuerverwaltung so hochzuheben und die der hessischen Steuerverwaltung kleinzureden, sodass mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer gesagt haben, was die da eigentlich machen. Wir haben denen erklärt, wie man es machen muss, und dann stellen die sich dahin und erklären, dass sie es besser könnten. Das war ein Teil des Problems, und deshalb habe ich mich im Ausschuss gerade dagegen immer nachdrücklich verwahrt. Dabei bleibt es auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, in der Aktuellen Stunde gibt es keine Zwischenfrage. Lassen Sie eine Frage zu? Ja, gerne. Sehr gerne. Wenn es mir nicht von der Redezeit abgeht, immer. Nein, Herr Finanzminister, ist es nicht so, dass Sie in dem Haushaltsausschuss das Bild gestellt haben, das falsche Bild gestellt haben, dass wir politisch gegen die Ermittler und die Steuerfahnder etwas sagen wollten? Sie haben im Ausschuss das fälschliche Bild gestellt. Darum ist es uns nie, dass es das Bild, das Sie gestellt haben. Das ist meine Erinnerung aus dem Haushaltsausschuss, und das haben wir auch von Anfang an scharf zurückgewiesen. Frau Fon, ich bin dankbar, dass Sie die Gelegenheit nehmen, das, was bei mir angekommen ist, an Ihrer Kommunikation gerade zu rücken. Aber es ist eben nicht nur bei mir angekommen, sondern auch bei den Betroffenen. Insofern sind wir uns einig. Wir haben eine herausragende hessische Steuerverwaltung. Sie hat nämlich im Jahr 2009 diese Geschäfte aufgedeckt. Davon profitieren bis heute andere Finanzverwaltungen von der Expertise, von dem Erfolg der Kolleginnen und Kollegen, die besonders in Frankfurt daran arbeiten. Darauf haben wir alle gemeinsam Anlass stolz zu sein. Ich glaube, die Entwicklung insbesondere des letzten halben Jahres zeigt noch einmal eindrucksvoll, wie leistungsfähig gearbeitet wird. Die SPD hat einen Berichtsantrag eingebracht, der aus dem August datierte. Dann war die Priorisierung der Sozialdemokraten in der Bearbeitung so, dass wir es drei Sitzungen im Haushaltsausschuss geschoben haben. In der Zwischenzeit ist die über Cum-Ex realisierte zusätzliche Steuersumme von 770 auf 970 Millionen € innerhalb von drei Monaten gestiegen. Deshalb war ich dankbar für die Verschiebung. Dann konnte ich nämlich diesen weiteren Erfolg noch berichten. Gleichzeitig ist die Haftungsanspruchnahme von Banken, denn wenn beim eigenen Steuerpflicht hier nichts zu holen ist, werden die Banken in Anspruch genommen, sind auch 100 Millionen € eingetrieben worden. Die Zahl verdoppelt in dieser Zeit. Wir haben bei Cum-Cum mittlerweile 700 Millionen €, die für den Steuerzahler gesichert worden sind. Dieser Prozess wird weitergehen. Er wird mit der gleichen Akribie, mit der gleichen Entschlossenheit fortgesetzt, wie wir gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt die Panama Papers auswerten. Deshalb bin ich auch wiederum ein Stück stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass deren Arbeitskapazität, deren Arbeitsfähigkeit aus Sicht des Bundeskriminalamtes geeignet war, zentral für Deutschland, auch zentral für Europa, weil das BKA die Einzelnen in Europa sind, die im Besitz der Papiere sind, dort die Dinge auszuwerten, um Steuernkriminellen, aber vor allem der internationalen Großkriminalität auf die Spur zu kommen und zu helfen, dass wir mitwirken können. Darauf bin ich stolz, und ich glaube, wir haben Anlass, das gemeinsam zu sein. Davon profitieren wir alle. Die Erkenntnisse, die wir dort aus dem Auswerten enorm großer Datenmengen gewinnen, führen jetzt dazu, dass wir gemeinsam in der Kooperation mit der Hochschule in Kassel einen Studiengang im Hinblick auf die Möglichkeiten des Einsatzes künstlicher Intelligenz gerade beim Bewältigen solch großer Datenmengen in staatlichen Auswerteprozessen zu installieren. Wir profitieren also wechselseitig, nicht nur das BKA, nicht nur der Steuerzahler, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung. So nimmt es nicht Wunder, dass die Steuerverhandlungen in Hessen jedes Jahr zwischen 200 und 300 Millionen € steuerliches Mehrergebnis generiert und die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer schwankend, aber immer so zwischen 1,3 und 2 Milliarden € jedes Jahr zusätzlich durch ihre Arbeit für die Verwendungszwecke, die Sie gemeinschaftlich im Landtag beschließend sichern. Ich glaube, dafür einmal Danke zu sagen, dass es allemal eine Aktuelle Stunde wäre. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Trotz Frage ist es perfekt in der Redezeit geblieben. – Trotz Frage? – Trotz Frage, ja. – Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der CDU-Fraktion abgehalten. – Tache! –